Was wäre eigentlich passiert, wenn Sirius Black Harry Potter aufgezogen hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir besprechen, wie Harry Potters Leben verlaufen wäre, wenn er von seinem Patenonkel Sirius Black aufgezogen worden wäre und nicht von den Dursleys. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wie anders Harrys Leben gelaufen wäre, wollen wir zunächst einmal kurz erläutern, wie es zu diesem Szenario kommen könnte. Harry wurde am 31. Oktober 1981 im Alter von nur einem Jahr zum Waisenkind. Dies geschah, als Lily und James Potter im Haus der Familie Potter in Godric's Hollow von Lord Voldemort ermordet wurden. Der Verbleib der jungen Familie sollte eigentlich durch den Fidelius-Zauber verborgen werden, sodass nur der von ihnen gewählte Geheimniswahrer ihren genauen Aufenthaltsort kannte. Wie die meisten von euch wissen, wurde angenommen, dass Sirius, James' bester Freund, der Geheimniswahrer der Potters war. Wir wissen jedoch, dass dies nicht ganz stimmt, dass Sirius, James und Lily überzeugt hat, dass er eine zu offensichtliche Wahl wäre und Voldemort dies auch denken würde. Und so änderten sie ihren Plan in letzter Minute zu Peter Pettigrew, der sie natürlich verriet und Voldemort den Aufenthaltsort der Potters mitteilte. Von da an verfolgte ein wütender Sirius Black Peter, um ihn mit dem schockierenden Verrat ihres Freundes zu konfrontieren. Wurmschwanz beging bei dieser Begegnung einen Massenmord, verwandelte sich in seiner Animagus-Form, also eine Ratte, und floh. Er ließ einen verzweifelten, jungen Sirius zurück, der für all den Tod und die Zerstörung verantwortlich gemacht wurde. Aber was wäre, wenn Sirius nicht Peter Pettigrew aufgesucht hätte, um sich im Namen von James und Lily zu rächen? Was wäre, wenn er Wurmschwanz nie zur Rede gestellt hätte? Was, wenn ihm nie all diese Morde angehängt worden wären? Peter geschnappt worden wäre, und schließlich für das nächste Jahrzehnt ins Gefängnis von Azkaban geschickt worden wäre. Hätte Sirius in diesem Moment einen kühlen Kopf bewahren können und hätte er Dumbledore und den anderen erklären können, dass er nie der Geheimniswahrer der Potters war, sondern Peter? Nachdem er einen mächtigen und angesehenen Zauberer wie Dumbledore von der Wahrheit überzeugt hätte, hätten die anderen im Orden des Phönix wahrscheinlich auch Sirius' Aussage akzeptiert. Da Sirius' Name zumindest in den Augen des Ordens reingewaschen wäre, wäre die nächste Frage, wer würde Harry aufziehen? Es ist durchaus möglich, dass Dumbledore immer noch die Dursleys als Möglichkeit in Betracht ziehen würde. Aber wenn man bedenkt, wie wenig überzeugend Hagrid und McGonagall von diesem Arrangement waren, als Sirius als Vormut nicht in Frage kam, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Idee, Harry in Petunias und Vernons Obhut zu geben, ziemlich schnell verworfen werden würde. So blieb Sirius die offensichtliche Wahl. Sirius Black, ein junger Mann von nur 22 Jahren, hätte also die Vormundschaft für den kleinen Harry erhalten, zumindest aus der Sicht des Ordens. Das Zaubereiministerium wäre vielleicht nicht so leicht von Sirius' Unschuld überzeugt gewesen, vor allem wenn Wurmschwanz in jener Nacht noch immer verschwunden war. Ich denke also, dass der Orden Sirius geholfen hätte, einen sicheren Ort zu schaffen, um den jungen Harry aufzuziehen. Meiner Meinung nach wäre die wahrscheinlichste Option das Haus von Sirius' Vorfahren gewesen, in Grimmert Place 12. Aber hätten Sirius und der restliche Orden Harry überhaupt dort schützen können? Und heißt das also, dass Harry quasi öffentlich mit viel Aufmerksamkeit aufgewachsen wäre? Nun eigentlich nicht wirklich. Denn Harry hätte ein behütetes Leben gehabt und wäre in einem vorwiegend von Muggeln bewohnten Stadtteil in London aufgewachsen. Da sein Patenonkel sich zurückhalten hätte müssen, hätte Harry vielleicht nicht so viele Erfahrungen gemacht wie andere junge Hexen und Zauberer, aber es hätte mehrere große positive Unterschiede in der Art und Weise gegeben, wie er erzogen wurde. Diese Unterschiede werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Fangen wir an mit der Nummer 1. Zuallererst wäre Harry in einem liebenden Zuhause aufgewachsen. Verglichen mit den emotionalen und körperlichen Misshandlungen, die Harry in der Obhut der Dursleys erlitten hat, wäre Harry mit dem Gefühl aufgewachsen, geliebt und umsorgt zu werden. Das hätte sein ohnehin schon mitfühlendes Wesen noch verstärkt und das hätte ihm bei seinem Eintritt in seinem ersten Jahr in Hogwarts etwas Selbstbewusstsein gegeben. Als zweites haben wir, dass Harry schon in jungen Jahren gelernt hätte, auf einem Besen zu fliegen. Wie einige von euch vielleicht wissen, schenkte Sirius Harry im Alter von einem Jahr bereits seinen allerersten Besenstiel zu Weihnachten. Hätte Sirius den kleinen Harry aufgezogen, würden sie sich gemeinsam für das Fliegen begeistern. Sirius auf seinem Motorrad und Harry auf einem Besenstiel. Noch etwas, was die beiden zusammenschweißte. Als begeisterter Flieger wäre Harry ein Fan von Quidditch geworden, sobald er mit dem Sport in Berührung gekommen wäre. Natürlich in seiner frühen Kindheit. Auch hier würden sich seine Erfahrungen in der Welt der Zauberer auf seinem Selbstvertrauen auswirken, sobald er in Hogwarts wäre. Vielleicht wäre Harry sogar in einer professionellen Quidditch-Mannschaft gelandet. Wenn Sirius Harry aufgezogen hätte und Harry die Welt der Zauberer kennengelernt hätte, hätte er wahrscheinlich viel mehr persönliche Beziehungen entwickelt. Ganz offensichtlich hätte das mit Sirius als Vaterfigur begonnen. Aber es hätte auch viel mehr fürsorgliche Menschen in Harrys Leben gegeben. Dumbledore hätte vielleicht von Zeit zu Zeit vorbeigeschaut. Natürlich wäre Remus Lupin ein Mitglied der Rumtreiber und James und Sirius' guter Freund für ihn dagewesen. Harry wäre auch mit anderen jungen Hexen und Zauberern bekannt gemacht worden. Vielleicht hätte er sogar die Weasley-Kinder kennengelernt, bevor er Hogwarts besuchte, und zwar durch die Verbindung des Orden des Phönix. Als nächstes auf der Liste, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, würde die Erziehung durch Sirius bedeuten, dass Harry wüsste, dass er ein Zauberer ist. Er hätte gewusst, wer laut Voldemort war und was in dieser schrecklichen Nacht mit seinen Eltern geschehen war. Er würde wissen, woher die Narbe auf seiner Stirn stand. Er hätte gewusst, wie seine Eltern aussahen, was Harry ein viel besseres Selbstbewusstsein gegeben hätte, als er zu einem jungen Mann heranreifte. Womit wir uns bei unserem nächsten Punkt befinden. Der letzte Unterschied, den ich erwähnen möchte, obwohl es viele mehr sein könnten, ist, dass Harry, wenn er von Sirius aufgezogen worden wäre, er wahrscheinlich alles über den Unfug erfahren hätte, den sein Vater und sein Patenonkel als Schüler getrieben hatten. Harry hätte bestimmt alles von Sirius mitbekommen, wenn Sirius ihnen die Geschichten über die Abenteuer der Rumtreiber erzählen würde. Zum Beispiel auch, warum sie die Gruppe gründeten, um Lupin bei seiner monatlichen Verwandlung in einen Wehrwolf zu helfen. Harry hätte dann entdeckt, wie James und Sirius sich selbst beigebracht haben, Animagi zu sein und sich nach Belieben in Tiere und wieder in Menschen verwandeln können. Er wüsste alles über James' Verwandlung in einen Hirsch, weshalb sie ihn Krone nannten und Sirius' Gestalt als Hund, was ihm den Spitznamen Tatze einbrachte. Das hätte vielleicht in Harry ein intensives Interesse daran geweckt, zu lernen, wie man selbst ein Animagus wird. Vielleicht ein Fuchs oder ein Wolf, was ihn sowohl mit Sirius als auch mit James in Einklang gebracht hätte. Oder vielleicht wäre er auch ein Hirsch gewesen, so wie sein Patronus. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Habe ich irgendwelche offensichtlichen Unterschiede übersehen? Was glaubt ihr, wie Harrys Leben verlaufen wäre, wenn er von Sirius Black aufgezogen worden wäre? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.